Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Mal sehen, was er noch alles kann. Das ist ja voll der Hammer! Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnig gleich übertragenen Sprung aller Zeiten. Oh, oh. Das große Schiff wird die Insel nicht sehen können. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe die Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapffoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapffoten! Die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Ich glaube, der Kapitän kann mich weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Ich bin drin, Ryder. Ich komme gleich runter. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr. Ja! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.